In diesem Video geht es um eine kurze Einführung in die Zieh-Simulation mit Stampback Express. Anhand von diesem Bauteil sieht man, wie einfach eine Simulation mit Stampback Express ist. Hier die moderne Benutzoberfläche, die stark reduziert ist und alle notwendigen Bedienungselemente in einer Ebene darstellt. Im Wesentlichen arbeitet man sich durch die oberen Tabs von links nach rechts und wird so durch das Programm geführt. Im ersten Schritt legt man ein neues Projekt an. Der nächste Schritt ist die Platine, die als DXF oder IJS eingeladen werden kann. Die eigentliche Platinenermittlung erfolgt zum Beispiel mit Visiplank oder anderen Systemen. Die Materialstärke wird eingegeben, man bestimmt, ob man ein Schalen- oder Volumensimulationsmodell haben will und ein Material wird ausgewählt und die Platinengeometrie wird geladen. Das Programm erzeugt dann automatisch ein Platinennetz als Schale oder wie hier als Volumen. Nun erfolgt die eigentliche Prozessdefinition. Hier wird der Methodenplan oder Umfangprozess 1 zu 1 abgebildet, wie er auch wirklich auf der Presse wäre. Das heißt, man importiert die Werkzeuge bzw. Werkzeugkomponenten aus dem CRD im geschlossenen Zustand und ordnet die Werkzeuge einfach dem Pressentisch oder dem Pressenstößel zu. Für gefederte Werkzeugkomponenten wird noch der Hub und die Pressenkraft bestimmt. Und dann kann man mit der kinematischen Simulation die korrekte Bewegung der Werkzeugkomponenten gut erkennen und prüfen. Bei diesem Bauteil wird nur eine Umfuhr am Stufe überprüft und daher ist die Prozessdefinition beendet. Nun erfolgt der nächste Schritt, nämlich die Berechnung. Um möglichst schnell ein Ergebnis zu sehen, können alle Kerne genutzt werden, die der Rechner zur Verfügung hat. Den Abschluss bildet natürlich die Simulationsauswertung. Man lädt die Ergebnisse ein und betrachtet zuerst die Sicherheitszonen und die Animation des Umfangprozesses. Wichtig sind vor allem, ob irgendwo rote Bereiche als Indiz für ein Versagen des Prozesses vorhanden sind und die Bereiche mit Ausdünnung und Aufdickung. Zur noch detaillierteren Beurteilung stehen natürlich noch zahlreiche weitere Variablen zur Verfügung. Wären hier Probleme erkannt, ändert man entweder Prozessparameter wie Niederhaltekräfte oder Reibung oder man ändert die Werkzeuggeometrien und tauscht diese im Prozesssetup aus und errechnet eine neue Variante. Zusammenfassend nochmal die fünf Schritte. Neues Projekt anlegen, Platine definieren, Prozess definieren, Berechnung starten, Ergebnis anschauen und eventuell Maßnahmen ergreifen. Somit ist Stampback Express das ideale Tool für jeden Werkzeugkonstrukteur, um seine Werkzeugkonstruktion mit einer fundierten Simulation abzusichern und somit Korrekturschleifen anstatt auf der Presse digital am Rechner durchzuführen und dadurch Kosten und Zeit einzusparen.